Jawoll, erstmal Hacker Lobby zum Anfang. Team Deathmatch auswählen und Herrschaft spielen. So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Modern Warfare 2. Ja, ich habe es erneulich in meiner Steam-Liste wieder mal gesehen, habe gesehen, dass es installiert ist, habe gedacht, spielst du mal ein bisschen Modern Warfare 2 und nimmst du gleich mal ein bisschen auf. Ich habe mal eine kurze Runde angespielt, gucken, ob noch alles so funktioniert, wie es soll. Und habe Team Deathmatch gespielt und bin in den Hacker Lobby gekommen, genau wie eben jetzt auch. Das wird jetzt bestimmt genauso sein, wie eben gerade, dass wir jetzt Herrschaft spielen. Oder? Keine Herrschaft? Wundert mich, eben gerade habe ich Team Deathmatch gespielt oder gesucht und auf einmal bin ich in Herrschaft reingekommen. Natürlich ist das hier Herrschaft, warum auch nicht? Und warum ist der böse und geil? Schön. Ganz gleich wieder rausgehen. Teammates sind als Feinde angezeigt. Jeder schießt auf jeden hier, weil niemand weiß, wer wer ist. Und man fliegt raus. File mismatch. Ja, genau. Meine Dateien sind falsch. Wenn ich in der Hacker Lobby komme, ist klar, dass da irgendwas... Nochmal neu suchen. Meldet mich, sobald ich wieder was gefunden habe. So, da sind wir jetzt wieder und hier gucke mal, ob es jetzt vernünftig funktioniert. Ja, gleich einer kommen, ne? Zeig dich, wey. So, den haben wir schon mal den Ersten. So, gerade sagen wir gleich schon den Zweiten. Und da gleich noch einer um die Ecke. Hallo, guten Tag. Steuerbehörde. Ich war um die Ecke rum. Ich war voll um die Ecke rum. Ja, genau. Ist ein Quer-Einsteiger-Kugel, oder was? Gut, wenn die Masse nach da geht, gehe ich nach da. Komm, das sicher ich jetzt mal ab. Da wird doch gleich einer. Da sind sogar zwei. Oh, 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 oh. Oh, nee, 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 nee. Nicht drauf schießen. Nicht mit einem YouTube. Das geht nicht. Komm, zeig dich. Zeig dich. Dann halt nicht. Ich laufe jetzt ein paar Minuten. Er ist für zwei, drei Minuten hier rum und sehen nichts. Komm, da oben wird jetzt einer pimmeln. Ich hole dich jetzt weg. Oder auch nicht. Ja, genau. Ja, ich bin ja müde. Ich hau ein bisschen rum. Finde das toll. Weil ich scheiße bin. Aber den ich angreife, ist noch beschissener, denn der trifft mich nicht. Oh, meine Güte. Da war doch gerade einer. Hehehe. Ich war doch unterb... Fett! Mann. Alter, was ist mit meinen... Alter, meine Präzision ist viel so und für den Arsch. Da kann man... Da spielt ja meine Oma präziser. So. Ich weiß, da ist ein Gegner. Der ist hier irgendwo. Das heißt, ich weiß, dass er hier ist, aber er... Hat er mich gehört? Ja, genau. Wo ist der R, dass ich jetzt um die Ecke komme? Der hat mich nicht mal gehört. Da spielen die mit. Was weiß ich nicht. Geht doch. Komm, zeig dich. Komm, zeig dich. Komm. Zeig dich nochmal. Na, bist du feige, wa? Konntest du nochmal loki loki machen. Gibst du zu. Dann halt nicht mal. Oh. Sein Ernst? Plünderer. Und dann noch da hier. Ne? Man sollte ihn seine scheiß Granatenpfeffer wegnehmen. Na, warst du schon wieder plump? Was erhoffen die sich? Dadurch ein paar lucky Kills zu machen, oder was? Oh, wenn ich das schon wieder höre. Kann der auch mal mit was anderem spielen? So. Jetzt komm mal her. Komm her, Freund. Immer diese Looptuber echt, ey. Alter. Ich bin nicht durch die Explosion gestorben, sondern da jetzt projektier mich. Mal, wie ist es gewonnen? Was ist denn jetzt mit Magic los? 7 zu 17. Hallo? Hab ich gewonnen, oder? Ja, wir haben gewonnen. Ist was erfreuliches. Wenn da keine E- Die, weiß ich nicht, schlechter sind. Tode von hinten. Keine Tode von hinten. Ne, sechster sind. Keine Tode von hinten. Schön. Meiste Zeitenabschluss. Kamera zugesehen. Toll. 5 zu 9, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Ne, ich hab keinen Bock mehr auf MW2. Gefreut bis zum Geht nicht mehr. Geliebt bis zum Unendlichkeit. Aber, ne. Ist ja nur auf dem Fressen. Das ist nur YouTuber und Hacker. Soll der Scheiß. Früher war es gut. What is it? Naja. Jetzt weiß ich auch, warum es lange nicht mehr gespielt hat. Ich bin dann, ich sag tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.